Das Leben von Michael J. Fox ist von Triumph und Tragödie geprägt. Wie schaffte es der junge kanadische Schauspieler berühmt als Marty McFly in dem Film »Zurück in die Zukunft« zu werden? Welche Herausforderungen musste er bewältigen, um mit dem Druck des Ruhms umzugehen? Was passierte mit seinem Leben, nachdem er mitten in seiner Karriere mit Parkinson diagnostiziert wurde? Dennoch ist die Geschichte von Fox voller tiefgreifender Kämpfe und unglaublicher Stärke. Willkommen zu dem Video, das die Geschichte dieses großartigen Mannes erzählt und warum die Geschichte von Michael J. Fox mehr ist als nur eine Tragödie. Frühes Leben und Schauspielanfänge. In der glitzernden Welt des goldenen Hollywoods, wo Träume und die Realität des Lebens aufeinandertreffen, gibt es nur wenige inspirierendere und berührendere Geschichten als die von Michael J. Fox. Von seinem plötzlichen Ruhm als süßer und charmanter Marty McFly in dem Hitfilm »Zurück in die Zukunft« bis zu seinem mutigen Kampf gegen eine tödliche Krankheit ist Fox' Geschichte ein Cocktail aus Erfolg und Unglück. Fox wurde in Edmonton, Alberta, Kanada geboren und seine Familie musste aufgrund der Arbeit seines Vaters häufig umziehen. 1971 zog die Familie nach Burnaby, einer Stadt nahe Vancouver, als sein Vater in den Ruhestand ging. Leider starb sein Vater am 6. Januar 1990 an einem Herzinfarkt. Fox' Schauspielkarriere begann im Alter von 16 Jahren, als er in der kanadischen Fernsehserie »Leo und ich« mitspielte, die von der Canadian Broadcasting Corporation produziert wurde. 1979, als er 18 Jahre alt war, setzte er alles auf eine Karte und zog nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben. In den späten 70er und frühen 80er Jahren hatte Fox Gastauftritte in verschiedenen Fernsehsendungen wie »Die liebe Bote« und »Lou Grant«. Diese Auftritte ermöglichten es Fox, mehr Erfahrung im Schauspielern zu sammeln und sich in der Branche einen Namen zu machen, bevor er größere Rollen bekam. Er hatte eine regelmäßige Rolle in der Dramaserie »Family« von 1979 bis 1980, wo er die Rolle des J.J. Lancashire spielte, eines Freundes der Hauptfiguren der Show. In dieser Rolle konnte Fox seine Schauspielkünste zeigen und als vielversprechender junger Schauspieler Erfahrung sammeln. Ein weiteres bedeutendes Projekt für Fox war die Show »Palmerstown, USA« von 1980 bis 1981, produziert von Alex Haley und Norman Lear. In dieser in einer rassistisch segregierten Südstadt während der großen Depression gedrehten Serie spielte Fox den Charakter Willie Joe Hall, der mit den Herausforderungen der Zeit kämpfte. Diese Rolle zeigte auch, dass Fox mit dramatischen Themen umgehen konnte und half ihm, seine schauspielerischen Fähigkeiten weiter zu verbessern. Diese frühen Jahre in Fox' Karriere bildeten die Grundlage für seine späteren Erfolge in Hollywood. Doch wie gelang es ihm, ins Rampenlicht zu treten und mit welchen Herausforderungen sah er sich konfrontiert? Aufstieg zum Ruhm und persönliche Kämpfe. Michael zog nach seiner Heirat im Jahr 1988 zurück nach Vancouver. Fox' Durchbruch kam, als der Produzent Ronald Shadlow ihn entdeckte, was zu seinem amerikanischen Debüt im TV-Film »Letters from Frank« führte, wo er als Michael Fox aufgeführt wurde. Als er sich jedoch bei der Screen Actors Guild registrieren wollte, stellte er fest, dass es bereits einen älteren Schauspieler namens Michael Fox gab. In seiner Autobiografie »Lucky Man in a Memoir« beschreibt Fox dieses Problem. Die Regeln der Screen Actors Guild erlauben es nicht, dass zwei Mitglieder denselben Künstlernamen verwenden. Sein zweiter Name »Andrew« gefiel ihm als »Andrew Fox« oder »Andy Fox« nicht. Er fand auch Michael A. Fox nicht ideal, da der Name aufgrund des aktuellen Slang-Gebrauchs von »Fox« als schön und etwas kanadisch klang. Einer seiner Lieblingsschauspieler war Michael J. Pollard aus »Bonnie and Clyde«. Also entschloss er sich, das »J« hinzuzufügen. Manchmal als Zeichen von »Genuine« oder »Genius« und reichte die Formulare als »Michael J. Fox« erneut ein. Fox hatte während seines Aufstiegs zum Ruhm viele persönliche Kämpfe, darunter Alkoholismus, Substanzmissbrauch und das, was er als »Rockstar-Verhalten« bezeichnet. Mit dem wachsenden Ruhm genoss er den Lebensstil, der mit Berühmtheit einhergeht und griff gelegentlich zu den Lastern seiner Filme, die die ungestümen Charaktere widerspiegelten, die er vor der Kamera spielte. Der Wunsch, die öffentliche Fassade aufrechtzuerhalten und der Reiz des Ruhms führten ihn zu einem Leben in Gefahr, das den Gebrauch illegaler Substanzen einschloss. Der Wendepunkt in Fox' Leben war, als seine Frau Tracy Pollen ihn nach einem Trinkgelage bewusstlos auf dem Wohnzimmerboden fand. Dieser Schock brachte Fox die harte Realität seines Substanzmissbrauchs und die Auswirkungen auf sein persönliches Leben und seine Arbeit vor Augen. Es war Pollens ständige Unterstützung und gleichzeitig strenge Haltung, die Fox half, den notwendigen Wandel durchzuführen. Ihre ständige Unterstützung veranlasste Fox dazu, seine Einstellung zu ändern und eine bessere Zukunft statt destruktivem Verhalten anzustreben. Dank Pollen entschloss er sich, sich seinem Problem vollständig zu stellen und suchte in der Therapie Trost und Orientierung. Der Heilungsprozess war lang und schmerzhaft, doch Fox' Wunsch, sein Leben zurückzugewinnen und sich seinen persönlichen Ängsten zu stellen, ließ ihn nicht los. Fox schaffte es, sich durch pure Beharrlichkeit und Engagement für seine eigene Genesung aus dem Tiefpunkt zu befreien. Er nahm sein Leben zurück und es war nicht nur der Sieg über die Sucht, sondern auch die Gelegenheit, ein neues Leben der Erneuerung zu beginnen. Diagnose der Parkinson-Krankheit Fox wurde 1991 während der Dreharbeiten zum Film Doc Hollywood mit den frühen Stadien der Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Er hatte einen zuckenden Finger und eine schmerzhafte Schulter und es wurde später festgestellt, dass er die Krankheit hatte. Die Ärzte sagten ihm, dass er innerhalb weniger Jahre möglicherweise nicht mehr in der Lage sein würde, weiterhin zu schauspielern. Parkinson ist eine chronische Erkrankung mit nicht gut definierten Ursachen und ist eine Kombination aus genetischen und Umweltfaktoren. Bemerkenswerterweise ist Fox nicht der einzige Schauspieler oder Crewmitglied von Leo und ich, der an Parkinson in jungem Alter erkrankt ist. Diese Zahl ist jedoch nicht groß genug, um als Cluster definiert zu werden und wurde daher nicht eingehend untersucht. Leider wandte sich Fox nach der Diagnose der Parkinson-Krankheit dem Alkoholismus als Bewältigungsmechanismus zu. In der Dokumentation »Still a Michael J. Fox Movie«, die beim Sundance Festival Premiere hatte, sagte er, dass die ersten sieben Jahre nach seiner Diagnose von Leugnung und Trauer geprägt waren. In dieser Zeit musste Fox seine Krankheit verbergen, während er an mehreren Film- und Fernsehproduktionen arbeitete. Er war auch ein häufiger Nutzer von Dopaminpillen, die für die Kontrolle einiger Parkinson-Symptome wie Zittern und Arthetose wichtig sind. Statt sie jedoch zu therapeutischen Zwecken zu verwenden, missbrauchte er sie zusammen mit Alkohol. Sein Plan war es, seine Medikamente zur richtigen Zeit einzunehmen, um sicherzustellen, dass sie seine Arbeit nicht beeinträchtigen. Ich nahm diese Pillen nicht zur Beruhigung oder Therapie, sagte Fox in der Dokumentation laut USR Today. Mein einziger Zweck war es, meine Symptome zu verbergen. Ich wurde geschickt darin, meine Medikamenteneinnahme so zu manipulieren, dass sie genau dann und dort auftrat, wo ich auftreten musste. Diese Phase zeigt Fox starken Willen, trotz der sich verschlechternden Parkinson-Krankheit weiter zu Schauspielern und verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen er außerhalb der Kamera konfrontiert war. Seit der Offenlegung seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit im Jahr 1998 lebt Fox alkoholfrei. Im selben Jahr musste er sich auch einer Thalamotomie unterziehen, einem chirurgischen Eingriff zur Reduzierung der Tremoren der Parkinson-Krankheit. Diese Entscheidung festigte seinen Entschluss, alle möglichen Wege zu suchen, um die Auswirkungen der Krankheit zu bewältigen. Dennoch kämpft Fox weiterhin mit Mobilitätsproblemen und muss in den meisten Fällen auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Dies ist eine traurige Erinnerung an die Auswirkungen von Parkinson auf den Körper, eine Tatsache, vor der er sich nicht scheut, mit seiner typischen Offenheit zu sprechen. Parkinson hat Fox viele Herausforderungen auferlegt, aber er kämpft weiter. Trotzdem wacht er jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht auf und lässt sich von Parkinson nicht die Freude und Liebe zum Leben nehmen. Fox sagt über sich selbst, dass die Krankheit mit Herausforderungen wie Kontrollverlust und Unabhängigkeitsschwierigkeiten einhergeht. Dennoch wacht er jeden Tag mit der Absicht auf, die Welt bis zum Ende des Tages ein Stück besser zu machen. Als Aktivist und Gründer der Michael J. Fox Foundation für Parkinson-Forschung ist er zu einer Ikone im Kampf gegen Parkinson geworden. Fox setzt sich kontinuierlich für Aufklärung, Fundraising und Forschung ein, um eine Heilung für die Krankheit zu finden. In einem NPR-Interview im April 2002 erklärte Fox weiter seine Philosophie im Umgang mit symptomatischen Episoden. Er sagte, dass er manchmal mehr Pillen nahm und Dyskinesien entwickelte, eine Bedingung, bei der unwillkürliche Bewegungen auftreten, besonders auf der Bühne. Auch wenn einige Parkinson-Patienten sich über seinen Medikationsplan beschwerten, verteidigte sich Fox damit, dass er lieber unter Dyskinesie leiden würde, als unter den schwerwiegenderen Auswirkungen der reinen Parkinson-Krankheit, besonders bei Interviews. In einem Interview mit Hadley Freeman für The Guardian im Dezember 2020 erinnerte sich Fox an die zahlreichen möglichen Gründe, die zu seiner Parkinson-Krankheit geführt haben könnten. Er reflektierte über seine vergangenen Aktivitäten wie das Angeln in der Nähe von Papiermühlen, den Besuch von Farmen und seinen Marihuana-Konsum in der Highschool, als er dachte, die Regierung vergifte die Ernte. Fox stimmte zu, dass es sinnlos sei, sich über solche Möglichkeiten den Kopf zu zerbrechen, da das Nachdenken darüber einen verrückt machen könnte. Ja, er ist diagnostiziert, aber hat es diesen großartigen Mann daran gehindert, seinen Traum zu verfolgen? Ein Vermächtnis in der Schauspielerei. Trotz seiner Diagnose mit Parkinson-Krankheit setzte Fox seine Schauspielkarriere fort. Von 1996 bis 2002 spielte er in Sat Spin City, einer Fernsehsendung, die auf ABC ausgestrahlt wurde und sich auf die fiktive Regierung von New York City konzentrierte. Fox, der die Rolle des Mike Flaherty spielte, wurde 2000 mit einem Emmy Award 1998, 1999 und 2000 mit drei Golden Globe Awards sowie 1999 und 2093-2000 mit Screen Actors Guild Awards ausgezeichnet. In der dritten Staffel der Show informierte Fox das Ensemble über seine Parkinson-Krankheit und in der vierten Staffel gab er bekannt, dass er sich zurückziehen würde. Sein Ausscheiden ermöglichte es Charlie Sheen, seine Rolle zu übernehmen, wobei Fox in der finalen Staffel gelegentlich auftauchte. Obwohl Fox das normale Fernsehen verließ, konnte er dem Reiz der Schauspielerei nicht widerstehen. 2004, nach einer langen Pause vom Fernsehen, trat er in zwei Episoden der von Bill Lawrence geschaffenen Comedy-Dramashow Scrubs auf, wo er die Rolle des Dr. Kevin Casey, eines Chirurgen mit Zwangsstörung spielte. Fox kehrte 2006 zurück zum Fernsehen, als er in Boston Legal zu sehen war, wo er die Rolle eines Mannes mit Lungenkrebs spielte. Seine Leistung erhielt eine Emmy-Nominierung für den besten Gastauftritt, was sein langanhaltendes Vermächtnis im Fernsehen beweist. Trotz der anhaltenden gesundheitlichen Schwierigkeiten gastierte Fox 2009 in fünf Episoden des Fernsehdramas Rescue Me. Dafür wurde er mit dem angesehenen Emmy Award in der Kategorie Outstanding Guest Actor in a Drama Series ausgezeichnet. Nach diesem Erfolg blieb Fox ab 2010 weiterhin auf dem kleinen Bildschirm präsent, mit einer wiederkehrenden Rolle in der hochgelobten US-Serie The Good Wife. Er verkörperte den scharfsinnigen Anwalt Louis Canning, für den er drei Jahre hintereinander Emmy-Nominierungen erhielt. Interessanterweise trat Fox 2011 in der achten Staffel der Comedy-Serie Curb Your Enthusiasm von Larry David auf und spielte sich selbst. Die Show stellte eine fiktionalisierte Version von David als Fox-Nachbarn dar und beschuldigte Fox komödiantisch, seine Parkinson-Krankheit vorzutäuschen. Fox' Cameo war humorvoll und es war schön zu sehen, wie er versuchte, Comedy mit realen Erfahrungen zu verbinden. Trotz seines anfänglichen Ausscheidens kehrte Fox 2017 für einen Cameo-Auftritt in die Show zurück und drückte seine Zuneigung zur Show und seiner vorherigen Teilnahme aus. Im Laufe der Jahre erlebte Michael Fox zunehmend gesundheitliche Komplikationen, die es immer schwieriger machten, aufzutreten. Er zog sich 2019 im Alter von 60 Jahren zum zweiten Mal vom Schauspielern zurück. Fox führte dies auf seine Unfähigkeit zu singen und seine nachlassende Erinnerung aufgrund der Parkinson-Krankheit als einige der Gründe zurück, die ihn daran hinderten, seine Traumkarriere fortzusetzen. In gewisser Weise fasste er die Auswirkungen von Parkinson auf sein Leben und seine Karriere zusammen und bedauerte, dass er die einst so mühelose Anmut verloren hatte. Auch wenn Fox sich vom Schauspielern zurückziehen musste, war er dankbar für die Erfahrungen und die Reise, die er in seiner Schauspielkarriere gemacht hatte. Auch wenn Fox' Rücktritt das Ende einer bedeutenden Ära in Hollywood markiert, wird das Andenken an den sympathischen Star unvergessen bleiben. Zu seinen Errungenschaften gehören seine bahnbrechenden Leistungen, sein unermüdliches Engagement und sein unbeugsamer Geist, die weiterhin die Unterhaltungsbranche prägen. Fox bleibt eine Inspiration für Schauspieler und Zuschauer und sein Vermächtnis wird immer für das Licht, das es in die Welt bringt, in Erinnerung bleiben. Tracy Pollan hat Fox' Karriere über die Jahre hinweg unterstützt. Sie trafen sich erstmals 1985 am Set von Family Ties, wo Pollan die Rolle der Ellen Reed, der Freundin von Alex Keaton, spielte. Doch sie wurden erst ein Paar, als sie ein Jahr später während der Dreharbeiten zu dem Film Bright Lights Big City begannen, offiziell zu daten. Am 16. Juli 1988 heirateten sie im West Mountain Inn in Vermont. Fox war 27 Jahre alt und Pollan war 28 Jahre alt. Seitdem hat sich ihre Beziehung entwickelt und ist zu einem starken Unterstützungssystem in ihrem Leben geworden. Gemeinsam haben sie vier Kinder großgezogen. Sam Michael Fox wurde am 30. Mai 1989 geboren, Aquina Kathleen und Skylar Francis, Zwillingsschwestern, am 15. Februar 1995 und ihre jüngste Tochter, Esmee Annabelle, wurde am 3. November 783 geboren, 2001 geboren. Mitte April 2024 kursierten in verschiedenen Medien Gerüchte, dass Fox und Pollan sich scheiden lassen wollten. Diese Gerüchte wurden jedoch bald von dem Paar zurückgewiesen, das weiterhin ihre Liebe und Bindung zueinander sowie zu ihren Kindern bekundete. Nach über drei Jahrzehnten Ehe waren Fox und Pollan von den neun unbegründeten Gerüchten über ihre Beziehung schockiert und fassungslos. Um ihren Namen reinzuwaschen, veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Erschütterung und Enttäuschung über solche Gerüchte ausdrückten. Sie betonten die starke Bindung des Paares und ihre Familie und hoben hervor, wie Liebe, Verständnis und Humor selbst die schwierigsten Situationen überwinden können. Fox pflegt eine gute Beziehung zu seinen Geschwistern und Eltern. Karen, Jackie und Stephen sind seine Geschwister, die ihm durch dick und dünn zur Seite standen. Die langanhaltende Ehe und die starke Familie von Fox und Pollan beweisen, dass Menschen selbst in schwierigen Umständen stark bleiben und sich gegenseitig unterstützen können, egal was passiert. Im Jahr 2006 überquerte Fox die politische Grenze, indem er in einer Wahlwerbung für Claire McCaskill, die damals staatliche Prüferin von Missouri war und für den US-Senat gegen den Amtsinhaber Jim Talent kandidierte, auftrat. Diese besondere Werbung war denkwürdig, da Fox, der an Parkinson leidet, Symptome der Krankheit deutlich zeigen konnte, während er gleichzeitig die Forschung zu embryonalen Stammzellen unterstützte. In der Werbung erklärte Fox, dass er eine Tochter mit Juveniler Diabetes habe und erläuterte, wie wichtig ihm die Stammzellforschung und die Suche nach Heilmitteln sei. Er fügte hinzu, dass die Menschen in Missouri für Claire McCaskill stimmen könnten, die ähnliche Erwartungen im medizinischen Bereich hatte. Im Gegensatz dazu wies er darauf hin, dass Senator Jim Talent gegen die Stammzellforschung war und sogar versuchte, die Wissenschaft, die so viel Hoffnung spendete, zu verfolgen. Fox unterstrich, dass die Wahl Auswirkungen auf Millionen Amerikaner hat und sagte, man sagt, alle Politik sei lokal, aber das ist nicht immer wahr. Was man in Missouri tut, ist für Millionen Amerikaner von Bedeutung, für Amerikaner wie mich. Die New York Times bezeichnete die Werbung als eine der denkwürdigsten und meist diskutierten politischen Werbespots der letzten Jahre. Die Werbung von Fox war sehr effektiv, wie Umfragen zeigten, die bewiesen, dass ihr sie die Entscheidungen der Wähler beeinflusste. Diese spezielle Werbung war entscheidend für den Sieg von Claire McCaskill bei der Wahl. Die Werbung sorgte für Kontroversen und Kritik von Konservativen, die behaupteten, Fox habe seine Behinderung für den Wahlkampf ausgenutzt. Dies trübte jedoch nicht Fox' Geist oder sein Engagement, da er es als seine Aufgabe ansah, für die Parkinson-Patienten zu sprechen und Veränderungen zu fordern. In seinen nachfolgenden Interviews und öffentlichen Auftritten scheute sich Fox nicht über seine Kämpfe mit der Krankheit und die Dringlichkeit der Erhöhung der Forschungsgelder und der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung zu berichten. So wurde Fox zu einem der wichtigsten Sprachrohre für Parkinson-Patienten. Durch seine Arbeit hat er Menschen aufgeklärt, Stigmatisierung bekämpft und für politische Maßnahmen geworben, die wissenschaftliche Fortschritte und die Bedürfnisse der Patienten unterstützen. Sein Engagement hat ihm Respekt und Bewunderung von vielen Menschen eingebracht und sie dazu ermutigt, ihm bei der Förderung einer besseren Zukunft zu folgen. Dank seiner Advocacy-Arbeit wurde Fox 2007 in die Time 100 aufgenommen, eine Liste von Personen, die die Welt durch ihre Macht, ihr Talent oder ihre moralische Führung prägen. Am 31. März 2009 trat er zusammen mit Mehmet Oz in The Oprah Winfrey Show auf, um über seinen Gesundheitszustand, sein Buch, seine Familie und seine Primetime-Special Michael J. Fox Adventures of an Incurable Optimist zu sprechen. Am 7. Mai 2009 wurde ein Programm mit dem Titel Abenteuer eines unheilbaren Optimisten ausgestrahlt. Sein Beitrag zum Bereich Parkinson-Krankheit wurde weiter gewürdigt, als er am 5. März 2010 vom Karolinska-Institut mit einem Ehrendoktor in Medizin ausgezeichnet wurde. Am 31. Mai 2012 erhielt er außerdem einen Ehrendoktor der Rechte von der University of British Columbia. Fox wurde von der Justice Institute ein Ehrendoktor der Rechte verliehen. Diese Auszeichnung erhielt er für seine Leistungen und seine Bemühungen um Fundraising und Bewusstseinsbildung für die Parkinson-Krankheit. Fox erinnerte sich an seine frühen Tage in der Behörde, als er erwähnte, dass er einmal Rollenspiel-Simulationen für die Polizeiausbildung am Institut durchgeführt hatte. 2016 ging seine Stiftung eine Partnerschaft mit Nike Incorporated ein, um eine Verlosung zu entwickeln, die das Bewusstsein für die Parkinson-Krankheit erhöhen sollte. Durch zwei Auktionen in Hongkong und London gelang es ihnen 6,75 Millionen Dollar zu sichern. Kreativität und persönliche Interessen in Balance. Es ist nicht nur eine Geschichte über Fox' Auftritte vor der Kamera, sondern auch über seine umfassendere Kreativität hinter den Kulissen. Der Beginn und die Fortschreitung der Parkinson-Krankheit haben jedoch tiefgreifende Probleme aufgeworfen, die Fox viele seiner einst geschätzten kreativen Aktivitäten genommen haben. Fox hat großes schauspielerisches Talent und hat in vielen erfolgreichen Filmen mitgespielt, sowie seine musikalischen Fähigkeiten als Gitarrist im Film Zurück in die Zukunft gezeigt, indem er Johnny B. Good spielt. Die Parkinson-Krankheit hat Fox' Fähigkeit beeinträchtigt, Gitarre zu spielen und zu tanzen. Auch eine seiner Leidenschaften, das Zeichnen, das ihm einst Trost und Kreativität bot, ist durch die motorischen Kontrollprobleme der Parkinson-Krankheit betroffen. Diese Rückschläge sind jedoch klein und Fox hat sich nicht davon abhalten lassen, seine kreative Leidenschaft vollständig zu verlieren. Er hat das Schreiben als eine weitere Form der Kommunikation und Entdeckung akzeptiert. In seinen Memoiren und Essays hat Fox die Gelegenheit, Menschen auf der ganzen Welt von seinen Erfahrungen und seiner Vision zu erzählen. Sein erstes Buch, Lucky Man, beschreibt seinen Übergang von sieben Jahren des Ignorierens der Krankheit zur Gründung der Michael J. Fox Foundation und seinem Engagement für Parkinson-Patienten. Fox enthüllte in dem Buch, dass er absichtlich keine Medikamente nahm, bevor er 1999 vor dem Senate Appropriations Subcommittee aussagte, da sein unmedizierter Zustand überzeugender für diejenigen wäre, die noch nie mit Parkinson in Berührung gekommen sind. Sein zweites Buch, Always Looking Up, The Adventures of an Incurable Optimist, umfasst das Leben des Autors von 1999 bis 2009 und hebt seine Bemühungen zur Unterstützung der Stammzellforschung hervor. Fox und Pollen besitzen neben ihrem wunderschönen Strandhaus in den Hamptons, das sie für 6,3 Millionen Dollar gekauft haben, auch ein Haus in New York City. Dieses luxuriöse Strandhaus hat eine Fläche von 4000 Quadratfuß, fünf Schlafzimmer, vier Bäder und eine großzügige Terrasse mit einem Swimmingpool und einem Whirlpool. Das Interieur ist lichtdurchflutet und geräumig, mit großen Fenstern, die einen wunderschönen Meerblick bieten. Aber ihr Immobilienportfolio endet nicht dort. Das Paar besitzt auch ein prachtvolles Haus in der geschlossenen Gemeinschaft Quogue auf Long Island. Dieses Haus erstreckt sich über 6000 Quadratfuß auf vier Acres Land und verfügt über sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, eine Bibliothek, ein Fitnessstudio und ein Heimkino. Extern gibt es einen Swimmingpool, einen Tennisplatz und ein Gästehaus für Freizeit und Erholung. Und wenn das noch nicht genug ist, besitzen Fox und Pollen auch eine atemberaubende Ranch in Montana, die sie 2001 gekauft haben. Das Grundstück umfasst eine Ranch von 80 Acres und beinhaltet ein Hauptgebäude mit 5000 Quadratfuß. Ein charmantes Gästehaus und eine historische Scheune, umgeben von Gebirgen und üppigen Wäldern. Fox hat es als seinen bevorzugten Rückzugsort vom geschäftigen Stadtleben beschrieben. Neben seiner Leidenschaft für Autos ist Fox auch leidenschaftlich für wohltätige Aktivitäten. Er hat einen großen Teil seines Geldes in die Finanzierung von Forschung zur Parkinson-Krankheit investiert. Die Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, die im Jahr 2000 gegründet wurde, ist die größte gemeinnützige Organisation für die Finanzierung der Parkinson-Medikamenten- Entwicklung weltweit. Die Tatsache, dass er seine gesamte Zeit diesem Zweck gewidmet hat, ist nicht nur lobenswert, sondern zeigt auch, wo sein Herz liegt. Neben Autos und der Parkinson-Krankheit ist Fox auch begeisterter Golfspieler. Er nimmt nun regelmäßig an prominenten Golfturnieren wie dem AT und T-Pebble Beach Pro-M-Teil. Golfen ist für ihn eine Möglichkeit, sich zu entspannen, die Natur zu genießen und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Trotz gesundheitlicher Probleme, die das Golfspielen komplizierter gemacht haben, widmet Fox weiterhin Zeit und Energie dem Golf. Er bleibt ein Vorbild für harte Arbeit in seinen Hobbys und philanthropischen Bemühungen für diese Generation. Die öffentliche Wahrnehmung von Behinderung und Kreativität wurde durch Michael J. Fox Mut im Umgang mit der Parkinson-Krankheit maßgeblich geprägt. Fox' Geschichte ist eines der größten Beispiele für den Triumph des menschlichen Geistes und die Widerstandsfähigkeit von Hoffnung und Lebenswillen. Und nun lassen Sie uns einen Blick auf einige weniger bekannte Dinge über Fox werfen. Weniger bekannte Fakten über Michael J. Fox. Michael J. Fox richtiger Name ist Michael Andrew Fox. Entgegen der weitverbreiteten Annahme steht das J in seinem Namen nicht für eine Abkürzung. Als Fox in die Vereinigten Staaten zog und sich bei der SAG Screen Actors Guild registrierte, stellte er fest, dass bereits ein anderer Schauspieler den Namen Michael Fox trug. Um Verwirrungen zu vermeiden und den Vorschriften der Screen Actors Guild zu entsprechen, fügte er das Jade zu seinem Namen hinzu. Dies war teilweise auf seine Bewunderung für den Schauspieler Michael J. Pollard zurückzuführen. Vor der Zurück in die Zukunft Filmreihe arbeitete Fox mit Crispin Glover, der in dem Film seinen Vater spielte, zusammen. Beide waren 1983 in dem TV-Film High School USA zu sehen. Obwohl sie nach den Dreharbeiten nicht in Kontakt blieben, blieb Fox freundschaftlich mit Christopher Lloyd verbunden, der Doc Brown in der Zurück in die Zukunft Reihe spielte. Fox' Größe betrug 1,63 Meter, was ein Problem für einige Netzwerkmanager darstellte, als er ausgewählt wurde. NBC-Präsident Brandon Tartikoff glaubte, Fox sei zu klein, um Alex P. Keaton in Family Ties darzustellen. Dennoch setzte sich der Schöpfer der Show, Gary David Goldberg, für Fox ein und erklärte, dass Fox ein talentierter Komiker sei. Diese Entscheidung erwies sich als fruchtbar, da Fox für seine Leistung berühmt wurde. Ein weiteres Problem am Set von Zurück in die Zukunft war die Größe. Fox war größer als der ursprünglich für die Rolle des Marty McFly vorgesehene Schauspieler Eric Stoltz, weshalb viele Szenen neu gedreht werden mussten, einschließlich solcher, in denen nur eine Hand aus dem Bild herausragte. Für Johnny B. Good in Zurück in die Zukunft benötigte Fox nur einige Wochen zum Üben. Auch wenn er vor der Entwicklung der Parkinson-Krankheit ein ausgezeichneter Gitarrist war, was seine Fingerfertigkeit beeinträchtigte, arbeitete er mit dem Gitarristen Paul Hanson zusammen, um seine Fingerplatzierung zu verfeinern und mit dem Choreografen Brad Jeffries, um sein Tanzen auf der Bühne zu perfektionieren. Fox synchronisierte zu Gesangseinlagen, die von Mark Campbell aufgenommen wurden, einem Mitglied der Band Jack Mack and the Heart Attack, der nicht namentlich genannt wurde. Manchmal sorgte sich Fox während seiner Karriere in der Rolle des Komikers stereotypisiert zu werden. Bei der Lobpreisung des Vietnamkriegsdramas Casualties of War von Brian De Palma erklärte Fox, dass er nicht auf die Rolle des Komikers festgelegt werden wolle und beweisen wolle, dass er auch dramatisch schauspielern könne. Diese Angst wurde teilweise realisiert, als Sean Penn, sein Co-Star in Casualties of War, ihn während der Dreharbeiten zu Szenen als TV-Schauspieler bezeichnete, um realistischere Reaktionen von ihm hervorzurufen. Fox hatte einige Unfälle am Set. Während der Dreharbeiten zu Zurück in die Zukunft Teil 3 erstickte Fox fast, als er eine Szene drehte, in der sein Charakter erhängt wurde. Die Schlinge war zu eng gezogen und er fiel in Ohnmacht. Glücklicherweise kam die Crew und rettete ihn aus der Situation. Neben seiner Schauspielerei war Fox auch ein erfolgreicher Produzent. Seine Produzentencredits begannen Mitte der 1990ern mit der schwarzen Komödie Cold-Blooded. Er war auch Executive Producer von Aspin City und The Michael J. Fox Show. Fox wurde 1991 mit Parkinson diagnostiziert, was sein Leben und seine Karriere auf verschiedene Weise beeinflusste. Zunächst versuchte er, das Problem mit Alkohol zu bewältigen, wandte sich später jedoch der Advocacy zu und gründete 2000 die Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Diese hat sich zur größten privaten unabhängigen Quelle für die Finanzierung von Parkinson-Medikamentenforschung weltweit entwickelt. Die Parkinson-Krankheit hielt Fox jedoch nicht davon ab, in der Branche weiterzuarbeiten, obwohl er manchmal versuchte, seine Symptome beim Filmen der Show Spin City zu verbergen. Fox verließ die Show 2000 aufgrund seiner Probleme mit der Krankheit, blieb jedoch in der Unterhaltungsbranche aktiv und trat in Shows wie Scrubs und The Good Wife als Gast auf. Fox hat das Glück aus dem kalten Kanada, genauer gesagt Edmonton, zu stammen. Obwohl er jetzt in den Vereinigten Staaten lebt, zeigt er weiterhin seine Liebe zu seinem Heimatland. Sein kanadischer Hintergrund ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Persönlichkeit und er betont gerne, wie wichtig ihm seine Nationalität ist. Fox ist nicht nur ein Anwalt, Schauspieler und Schriftsteller, sondern hat auch Bücher veröffentlicht. Er hat mehrere Memoiren geschrieben, darunter Lucky Man, Always Looking Up und The Adventures of an Incurable Optimist sowie A Funny Thing Happened on the Way to the Future. Diese Bücher geben Einblicke in sein Leben, seine Arbeit und das Leben mit der Parkinson-Krankheit. Fox ist auch ein großer Hockey-Fan, was möglicherweise durch seinen kanadischen Hintergrund bedingt ist. Zudem interessiert er sich für Fotografie und nimmt mit seiner Kamera Fotos von Veranstaltungen oder Objekten auf. Fox wurde für seine Beiträge zur Unterhaltung und zur Advocacy geehrt. Er erhielt Ehrendoktorwürden von verschiedenen Universitäten, darunter der New York University. Er hat auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und wurde in die Canadian Walk of Fame aufgenommen. Dennoch bleibt Fox in zahlreichen Aktivitäten engagiert und setzt sich weiterhin für seine gewählten Organisationen ein. Er hat in Fernsehanzeigen mitgewirkt, Sprachrollen in Serien wie den Simpsons übernommen und sogar in Taylor Swift's Video zu Shake Take It Off mitgespielt. Was denken Sie über den Aufstieg von Michael J. Fox und seine Krankheiten? Lassen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren unten wissen. Vergessen Sie nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren und klicken Sie auf das Video auf Ihrem Bildschirm, um mehr Ähnliches zu sehen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.